so heute mache ich ein kleines video über nexo vorab das video dient zu demo zwecken und ist keine finanzberatung ich habe nexo erst neulich entdeckt ich habe zum beispiel coins wie bitcoin cash oder ripple was ja alles ganz gute coins sind aber die man einfach irgendwie in dem sinne nicht groß staken kann das problem ist wenn ich jetzt irgendwie ripple oder so zu beinen schiebt dann habe ich teilweise 0,04 prozent und wenn ich das jetzt auf einer anderen wallet habe was bei mir der fall war dann habe ich eventuell schon mehr transfergebühren unter umständen wie ich da in einem jahr zinsen bekommen aber im endeffekt hat man ein gewisses kapital wo eben einfach rumliegt und man spekuliert eben auf den wertzuwachs das kann ich ja weiterhin und aber krieg in der zwischenzeit noch zinsen und da habe ich eben nix entdeckt mit bitcoin cash habe ich übrigens mal für neun oder zehntausend gekauft wo es ein peak war und jetzt ist es irgendwie wie man hier sieht im portfolio balance bereich gut da sind jetzt noch rippel drauf habe ich gerade rüber gemacht auf 5000 als ich bin eh minus und muss es aussitzen und also ist es ja gut wenn ich hier zinsen kassier eben wie funktioniert nexo nexo vergibt kredite die sind nicht unbedingt gerade billig aber man hat eben in dem sinn man schiebt coins rüber ich habe jetzt mal folgen für 100 franken oder euro rippel reingeschmissen dann gibt es zu jedem keinen gewissen beleihungs wert ich zeige mal den beleihungs wert ich gehe zum beispiel bei bitcoin rein das geht jetzt nicht ich gehe mal auf mein bitcoin cash der hat jetzt kein beleihungs wert weil ich den mit zinsen angelegt habe aber man sieht dann hier 30 ltv das heißt wenn ich praktisch für 1000 euro dollar oder sonst irgendwas bitcoin cash rein schiebt und ich habe das hier nicht gerade angelegt dann erscheint hier vorne ist es wieder im dashboard die kredit linie und dann könnte ich einen kredit nehmen was ich jetzt persönlich nicht mache ich bin eben auf die zinsen aus aber davon funktioniert eben nexo nexo vergibt kredite und auf der anderen seite schieben eben leute ihre coins rein und haben den beleihungs wert aber man kann eben damit die leute kriegen tun die eben auch auf coins wie bitcoin cash oder andere sachen eben ja was ist der zins eben 4 bis 12 prozent zinsen in dem bereich geht es meistens um vergeben die zinsen ich kann jetzt natürlich auch ein avalanche nehmen oder so gut den kann ich auch privat woanders taken dann habe ich aber schauen wir mal wenn ich den jetzt angelegt dann bekomme ich bis zu 17 prozent zinsen und der beleihungswert zum beispiel bei awax wäre 33 prozent im hohen beleihungswert haben wir bei bitcoin meistens genau ok das heißt man könnte jetzt eben ich habe hier 34 83 dann könnte ich hier praktischen kredit aufnehmen mit dem beleihungswert was funktioniert ohne irgendwie lohnauszüge oder sonstwas zu hinterlegen und hinterher kann ich natürlich über coins oder bank einzahlungen das wieder abbezahlen wird praktisch das ganze depot unter dem beleihungswert fallen dann würden die natürlich coins kaufen anscheinend wird man dort informiert man sieht auch hier gibt es wie ich den kredit bekommen will tita us dollar oder bank transfer genau das wäre es eigentlich schon fast in der erklärung was ich zunächst sagen habe ich selber habe hier meine bitcoin cash mit anderen währungen muss ich noch schauen ich habe eben noch paar die nicht so gut sind dann kann ich ein interesse breakdown machen ich habe hier aber das bei fix terms angelegt im moment so wie ich verstehe kriege ich fünf prozent zinsen genau interest in earning das ist jetzt erst per tage alt habe ich schon 1,27 bekommen nexo man kann eben sagen bei fix terms jetzt mal schauen ob ich das finde ich kann eben sagen im gleichen coin ausbezahlen oder lass es mir im nexo coin auszahlen und du kriegst eben noch zwei prozent mehr dann könnte ich hier noch verschiedene level hinterlegen hinterlegen ich kann jetzt hier irgendwie wenn ich 20 nexo habe oder 19 nexo dann kann ich hier so gewisse level kaufen bei silber wo dann irgendwie die kreditraten billiger werden wenn man kredit nehmen wird oder ich krieg dann teilweise glaube sogar mehr zinsen auf die gesteigten coins eben für mich ist jetzt das staking eigentlich im vordergrund genau dann habe ich vorhin noch zum testen paar ripple einbezahlt man kann die dann jederzeit solange die nicht angelegt sind natürlich wieder zurückleiten oder ich würde jetzt dann sagen manage xrp dann könnte ich hier sagen interest breakdown wie man hier sieht up to earn 8 prozent interest ich kann hier silber level wenn ich mit nexo dann wird es irgendwie wenn ich mehr zinsen habe dann wird es glaube ich drei monate gesperrt genau und fix terms ich könnte erzielen create fix term 1 month ein bonus könnte ich sagen ja alles max automatisch erneuern genau aber ich will die eben nach in nexo tauschen mein level zu erhöhen wobei man ja eigentlich ripple in nix anderes tauschen sollte aber ich habe eben noch genügend andere genau weil wenn die klage einmal vorbei ist wer weiß wo dann xrp steigt wir alle schon lange drauf warten genau gut ich denke das video ist sicher nicht komplett aber sicher eine kleine einführung was nexo ist ich werde dann demnächst mein video zu bunny park noch machen und ja auch ein anderer coin wie diese plattform funktioniert ich hoffe das hat gefallen einen kleinen einblick was nexo ist was kann sicher ist es gut oder schlecht ansonsten daumen hoch daumen runter was vielleicht nicht so gut ist aber eben wer nicht will muss es ja nicht schauen das video sicher nicht in der höchsten qualität aber ich habe gedacht ich mache mal eben was dazu in dem fall schönen tag zu sein so nochmal ich habe das jetzt gerade nochmal ergänzt ich wollte jetzt eigentlich xrp in nexo tauschen und wie man sieht es gibt irgendwie kein handelspaar also man muss dann auch ein bisschen aufpassen mit den handelspaaren genau wie dem auch sei ich zeige jetzt aber mal wie das mit dem anlegen ist weil ich bin auf die zinsen aus man geht jetzt praktisch auf den coin den man hinterlegt hat xrp genau und jetzt kann ich sagen manage xrp wallets wie man hier sieht earning bis zu 8 prozent kredit oder ich habe eben wenn ich kredite will darf ich den eben nicht anlegen dann könnte ich den verpfänden sozusagen und ich habe eingestellt in nexo tokens ich kann jetzt sagen stake mir den ich kriege ja bis zu 8 prozent zinsen hier dort den und dann bekomme ich ripple in ripple ausbezahlt jetzt kann ich aber sagen ich will den nexo token weil ich brauche irgendwie nexo tokens weil ich ja mein level hoch machen will genau ich täusche das jetzt nicht in nexo ich tue es halt mal einfach staken jetzt sage ich ich gebe mir nexo tokens und eben diesen silber level wo ich erklärt habe den habe ich noch nicht ich muss halt nachher irgendwo mal 20 nexo tokens kaufen und extra rüberschieben genau aber ist jetzt egal ich sage jetzt hier anlegen earn up bis zu 8 prozent zinsen ich sage jetzt ein monat bonus maximum ist jetzt nicht viel automatic renewal ich weiß eben nicht wahrscheinlich legt es dann nach einem monat automatisch immer neu an und dann sage ich create term genau und jetzt sagt irgendwas mit fünf prozent wahrscheinlich habe ich sieben prozent vermutlich fünf prozent plus die zwei prozent extra nexo das ein bisschen irreführend oder ich habe insgesamt nur fünf prozent zinsen aber eben besser wie woanders wo ich 0,04 prozent habe und irgendwie nachts um 12 anscheinend sieht man dann immer die auszahlungen an den sachen die man hat und eben hier sieht man term deposit interest nexo 0,38 vor drei tagen jeden tag hat man eine auszahlung pünktlich wie ein schweizer uhrwerk in dem fall diesmal jetzt wirklich tschüss ich hoffe das video bringt euch was danke und schönen tag zusammen ich sage jetzt mal wieder